Pauli, den Klassenerhalt nun ganz, ganz gut. Das ist es, nein, ist gut, und Tor! Wenn jeder Autofahrer, der sein Fahrzeug sonntags auf dem Heiligen Geistfeld parkt, ein Besucher des FC St. Pauli wäre, der Verein hätte keine Sorgen. Dennoch herrscht zur Zeit noch Zufriedenheit über den bisherigen Zuschauerzuspruch. Weniger über die sportliche Bilanz. Ein negatives Punkte- und Torekonto aus den bisherigen vier Spielen brachte den Aufsteiger nicht über den 17. Tabellenplatz hinaus. Und prompt gab es vergangene Woche den ersten Ärger. Es ist also so, dass wir nicht genügend Punkte aus den Spielen gemacht haben, so wie wir eigentlich gespielt haben. Wir haben besser gespielt, als der Punktestand ist im Moment. Es gab im Verlauf dieser Woche so ein bisschen Ärger innerhalb der Mannschaft, wahrzulesen, die Mannschaft hat sich beschwert, ihr Training sei zu hart. Wie haben Sie darauf reagiert? Ich bin der Meinung, dass das falsch ausgelegt wurde. Ich habe mich mit der Mannschaft unterhalten, nach dem, was da in der Zeitung stand. Und es ist Tatsache, dass dies ein hartes Wochenende für die Mannschaft war. Allerdings ist ja entscheidend, dass die Spieler zum Sonntag fit sind, zum Punktspiel und nicht unbedingt am Dienstag zu einem Freundschaftsspiel. Doch die Mannschaft war auch zum Punktspiel gegen Union Solingen nicht fit und hatte als Schiedsrichter Schäfer nach 90 Minuten Abpfiff ein Debakel hinter sich. Resultat der krassen körperlichen und konditionellen Unterlegenheit. Die Mannschaft wirkte ausgebufft, zeitweise überfordert. Stimmen nach dem Spiel. Es war nicht unbedingt das harte Training. Es war einfach, dass wir ein an sich freies Wochenende, das Pokalwochenende, haben wir benutzt, um drei Freundschaftsspiele zu machen. Ich war nur der Meinung, es hätte ein Freundschaftsspiel gereicht, um im Rhythmus zu bleiben. Weil die Kraft brauchen wir sicherlich in den Spielen, die wir jedes Wochenende in der zweiten Liga bestreiten müssen. Und nicht in irgendwelchen Freundschaftsspielen. Ja, wir stellen im Moment Überlegungen darüber an, wie wir die Leistungsfähigkeit der Mannschaft eben steigern können. Wenn ihre Frage darauf abzielt, ob wir uns mit den Gedanken tragen, neue Einkäufe zu tätigen, dann muss ich ganz klar sagen, solche Gedanken haben wir nicht. Gleich wie unser Tabellenstand aussieht. Und auf die Zuschauer wird es ankommen. Denn der negativen sportlichen Bilanz könnten wirtschaftliche Einbußen folgen, wenn die Zuschauer nämlich wegbleiben. Wir haben einen Zuschauerschnitt von 3.000 kalkuliert. Und den haben wir bisher sehr gut erreicht. Wir haben bisher in den drei Heimspielen zusammen knapp 12.000 Zuschauer gemacht. Zum nächsten Heimspiel kommt Darmstadt 98. Dann wird sich zeigen, was Sache ist.